So. Ja, es ist halt nur die kleine Tanglewood, ne? Das Problem ist halt, ich habe keine... Ich habe das Spiel nicht auf einer SSD. Ich habe zwar eine SSD, aber die ist zu klein dafür. Oh, sorry. Dann wird ab jetzt aber auch die Box bei mir nicht mehr funktionieren, weil ich rausgetappt bin. Danke dafür. Ja, was tust du? Hat sie jetzt die Box mitgenommen? Ja, natürlich hat sie die Box mitgenommen. Das ist meins. Ich habe das Buch genommen. Wollte gerade sagen. IMF fehlt noch und Kamera. Ich habe nur gewartet, bis du deines genommen hast. Äh, Schlüssel, haben wir den schon? Ja, haben wir. Ich wollte auch mal sicher gehen, dass wir auch den Schlüssel wirklich haben. Nicht, dass du den mal wieder vergessen hast. Das hast du ja auch schon geschafft. Ich weiß nicht, was du leist. Sehr leise. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen, ein Zeichen, das will ich. Ich weiß nicht, wie das hier drin ist. Hier haben wir den Raum, 6 Grad. Okay, ist vorne und links. Oh, hi. Gehen da doch nicht rein, wenn sie versucht, die Box zu benutzen. Wir wissen ja noch nicht mal, ob es ein 3, was für ein Geist es ist. Einzel- oder Gruppengeist. Mann, ja ist ja gut EMF! Ruhe! Keine Finger drücke, ich lasse dir das Feld. An der Schranktür. Ich habe nur gehört, an irgendeiner Tür war er. Kein Fingerabdruck. Keinerlei Fehler. Ja, ich wollte gerade sagen, gefrierter Atem. Also, wir sind ja zu dritt, ne? Dann vergesst das Funken. Sorry, ich war gerade dabei, als wäre noch jemand... Wieso räucherst du denn jetzt schon? Das macht man immer erst hinterher, sonst hört es jetzt auf, seine Aktivitäten zu machen. Ja, trotzdem! Äh, Rob, am Bett. Also, Bett überm Schrank, so um die Dreh. Gibt mir ein Zeichen. Ja, aber welchen Liebling? Also, du meinst mein Liebling Meere. Richtig? Ja. Die Meere können wir ausschließen, wir haben das Buch. Geister-Event noch. Geister-Event noch? Geister-Event noch? Geister-Event noch? Meine Liebling kommt aus. Ja. Du bist in der Überblick. Geister-Event noch? Gerner. Geister-Event. Geister-Event. Hallöchen von Nam-Nam! Aber wir haben das Geister event! Wir sind am Handy gespawnt. Hä, wo ist denn das Handy überhaupt? Ach hier! Genau an der Stelle ist er gespawnt. Ich glaube, das ist der Geist mit dem Pullover. Du glaubst? Ich habe nur seinen Arm gesehen. Okay! Zeige dich! Alter, weh, TF! Ich mach das Licht an und Nam-Nam erst mal Screaming reingehauen. Ich hab mich grad voll erschreckt. Aber wirklich in exakt der gleichen Sekunde. Ich mach das Licht an! Ey, ich hab so verjacht, ey! Zeige dich! Ah, hallo Nam-Nam! Zeige dich! Alter! Du hast das Timing echt drin, irgendwie, ne? Zeige dich! Aber Dankeschön für die 10 Bits! Knochen haben wir schon! Beide Bücher haben wir schon! Beide Bücher haben wir schon! Bringt den Sensor zum Ausrasten! Foxy! Willst du das mit dem Bett und dem Save-Point ausprobieren? Ich weiß nicht, ob das hier genauso ist! Erneut Dankeschön für diese 10 Bits nam-Nam. Okay, das war fail. Wen hat er? Da niemand antwortet. Oh, ne! Foxy! Das heißt, der hat Masse. Der hat sich ins Bad verkrochen. Okay. Er hat wohl vergessen, die Tür zuzuhalten. Foxy, redest du nicht mehr mit mir? Hallo? Ich hab mich 3 cm höher geschraubt. Was? Die ist eben mit drin gespawnt. Am Schrauben. Oha! Dann geht's erstmal raus. Ich mach die Tür wieder zu. Und dann hör ich nur das Gestöne neben mir. Oh, na super! Hatte ich schon gesagt, danke für die erneuten 10 Bits nam-Nam? Also, dann fahren wir. Oh, du Arme! Putt-Putt! Ne, ne, nicht Putt-Putt! Putt-Putt! Sorry! Sorry! Putt-Putt und Putt-Putt. Das müssen wir so schön verwechseln. Nachdem der Betrachtstunden und den Betrachtstunden drinigst. Das ist nicht so schön über den Betrachtstunden. Nein! Wacke eine Schreibe voll und nicht so gut gut aus dem Betrachtstunden.